Ich weiß nicht, ob du bereit bist, zu sehen, was ich dir zeigen möchte. Aber ich will nicht, wenn du dich und ich und ich und ich und ich... Ich kann ihn überhaupt nicht angreifen im Moment. So, jetzt soll es aber mal gehen. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. So, jetzt bist du Geschichte. Richte! King! Zack! Und noch einmal. Bam! Das war's doch jetzt! Wahrscheinlich. Die Schmerzen, die in deinem Blatt sind wahr. Bist du eine wertvolle Herausforderung? Was du nicht sehen kannst, kannst du nicht schießen. Das ist ein schöner Trick. Ich weiß, wer es ist. Du bist es. Ich weiß nicht, der ist es nicht. Egal. Ich weiß ganz genau, dass der das nicht ist. Sondern der! Der! Der hier hinter mir! Der da! Der, der ist es! Genau, der ist es! Oder auch nicht... Fuck it! Dann ist es doch der! Ja! Der ist es! Den ziehe ich grad Leben ab! Dann muss es der sein! Ah! Diese Kombo mag ich! Bleib zurück, Mädchen! Mit L und Maus aus der 1 kannst du umstehende Falle! Ich hab's schon mal angreifen. Ähm... und eh... Leute, ich zock das hier nicht auf die Xbox! Was hat das Spiel für ein Problem äh... Ooooooooh! Krass! Geil! Diese Kombo habe ich noch nie im Spiel hinbekommen... Ist ja mal krass! Deine Augen täuschen dich. Ähm, gut. Es ist mir egal, ob meine Augen nicht täuschen. Du wirst jetzt sterben, mein Lieber. Zack. So, den Baum war schnell abgeholzt. Und jetzt wieder eine kleine Pause. Oh, da muss ich dir helfen. So, wie es aussieht. So, jetzt geht's los. Wir, der Schwertkämpfer. Wir gehen jetzt ab. Was, was, was hat der denn, äh, hat der Komplexe oder was? Naja. Zeitlupe ist auch geil. Das ist doch der Richtige, nicht wahr? Wieso krieg ich jetzt immer nur diese Scheiß-Kombo hin? Ich möchte jetzt mal eine gute... Ja, da ist eine gute. Zack. Komm. Jetzt können wir doch dich doch erledigen hier. Müsste doch möglich sein. Was weiche ich hier eigentlich aus? So, jetzt. Jetzt bist du tot, mein Freund. Tot. Zack. Dankeschönes Trainingsprogramm. Ich werde nochmal erfreut, wenn es wirklich losgeht. Danke für die Prüfung. Ich bin nicht mehr. Schau dir die Bläde stark an, Neo. Du brauchst es, wo du gehst. Sucht aus. Naja. Okay. Äh, das war irgendwie so das erste Level oder sowas. Keine Ahnung. Lustig. Das muss nicht so. Lalalala. Wenn ihr mich nicht mögt, dann... Ich weiß nicht. Ähm. Okay, schau mir mal das Upgrade an. Oh, das sah eigentlich ganz cool aus. Ähm. Das können wir dann sicher auch, nachdem wir das hier gemacht haben. Also, starte ich jetzt wieder mit Leertaste. Neon. There's some bugs in the system. Losing audio and video feed. You're on your own, kid. So, ähm, was, was, was. Ich muss hier das Schwert nehmen. Okay. Dann. Oh, sofort eine Katze. Was für eine Sprache ist denn das? Wo lang muss ich denn? Okay, da laufe ich mal lieber hier so entlang. Ja, ich weiß doch schon, wie das alles geht. Ich komm' ja schon. Das ist eine Falle. Das weiß ich schon jetzt. Na, wie viele Türen sind's denn noch? Ach. So. Und weiter geht's. Ah. Schon wieder so was. Ah. Damit hab ich's nicht gerechnet mit der blöden Lampe. Naja. Das passt ja noch wunderbar, gute Sachen. Oh, naja. Was ist denn? 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 Oh, what the fuck. Ich glaub' ich hab' Angst, dass ich sterbe. Also, Andocken-Angriffe. Du brauchst diese Zweifel, setzt du dem Feind einen Schockschlag, benutzt dann die Bewegenstärkung, um auf einen zweiten Gegner... Äh... Okay, ich werd' das schon... Irgendwie, ähm... ...begreifen. Warte mal. Ich hab' ja meinen eigenen Kampfstil. Und, äh... ...mit dem werd' ich das schon regeln. Mein eigener Kampfstil ist, ausweichen und irgendwas drücken, wann solche coolen Moves machen, wie hier. Das hab' ich denn grad' schon wieder gemacht. Ich hau' nur auf meine Tastatur an, um ehrlich zu sein. Keinen Plan, wie ich das mache. Zack, zack, zaaack. Ich geh' ja richtig ab hier. Und, äh... Wohin geht's jetzt? Okay. Ähm... Das Kämpfen fällt mir bis jetzt noch ziemlich leicht, das wird euch später immer schwerer. Das kann ich euch gleich jetzt schon mal verraten. Okay, dann mach ich mal jetzt ein bisschen was anderes, damit es euch nicht so langweilig wird. Ah! Boah, ich glaub' ich sag' jetzt mal ein bisschen was anderes. Ähm... Also... Wartet... Wartet... Das war ein Sprunkel und, ähm... Seid... Nochmal das Gelbe, tut mir leid. Aber es geht halt noch nicht anders. So, das ist geil. Zack! Das war eine geile Zeitung. Okay, die zähl ich übrigens ein. Aufleitet... Hälfte... Hälfte... Das heißt... Ein... Ähm... Gesundheits-Medipack sowas in der Art. Gibt's anscheinend nichts. Das finde ich aber sehr schade. Okay... Wenn er's so gewollt hat, dann würden wir ihn jetzt knechten. Ich meine... Ich hab' das nicht vorgeschlagen. Das war nicht meine Idee. Das wollte er unbedingt jetzt gerade hier, ähm... Also... Für meinen besiegen! Zack! Können wir gleich nochmal die Combo nochmal machen, weil er so schön viel abzieht. Und... Können wir jetzt eigentlich gleich mal hier an der Wand entlang... Nein... So... Und dann könnten wir ihn jetzt hier... Noch ein bisschen schwächen... Und... Er ist... Und dann... What's going on? So... 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 Ja, das klappt! Perfekt! Sehr schön! Wow! Schon wieder diese geile Kombo! Das ist glaube ich die geilste Kombo, die wir schwer machen können. Oder können wir da noch andere machen? Nicht, dass ich wüsste. Also werden wir sie noch ein paar Mal anwenden, dass sie so hammer geil aussieht. Ach, das macht Bock mit Neo hier, den Schwerkämpfer. Das macht wirklich Bock. Das ist zwar sehr unrealistisch, aber es macht Spaß. Genau deshalb, weil ihr so unrealistisch wisst. Das ist so schwer. Ich hab' den Schwerkämpfer. 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 Okay, das ist schön. Aber hier gibt's noch viele Sondersachen. Aber alle versteckt in den Schwerkämpfern. Der Team wäre ein Sondergeheimnis. Oder wie diese Sache heißt. Also wo lange muss ich überhaupt nicht. Hier ist nur ein Schwerkämpfer. Und dann geben wir einfach mal raus. In die frische Luft. As you can see, this program was designed for multiple opponent combat training. Cypher didn't think he would make it through the burning hall. Well done. Now, focus. Here comes the final wave. K11. Das Finale. Die werden gleich Augen machen, was da für ein Mongo jetzt auf die zukommt. Oh, was Mongo? Nein. Ein Matrix. Aha. Ihr habt keine Ahnung. Ihr werdet gleich Wasser stauen. Zack. Ich hab' Kampfskills, Leute. Ihr habt keine, keine Chance. Und dabei spiel' ich auf normal und nicht mal auf leicht. Hahaha. Keine Chance. Der war geil. Besitzen sie überhaupt Leben? Wenn ja, wo wurde es angezeigt? Sollte man vielleicht ändern, dass das Leben angezeigt wird. Sonst ist das Spiel an sich richtig geil. Alt, aber richtig geil. Ich weiß nicht, ich wende jetzt hier schon zum dritten Mal dieselbe Kombo an, aber... ...die sieht einfach so geil aus, Leute. Du solltest vielleicht nicht immer nur den Fokus benutzen. Ich werde jetzt einfach mal ohne Fokus kämpfen. Und ja, mal sehen, wie ich dann bin ohne Fokus. Nimm mich gar nicht so gut, wie mir er auffällt. Der Fokus ist das, was mich so gut macht. Es ist schwerer ohne Fokus. Aber es macht Spaß, weil da sind neue Kampfskills da. Zack. Uh, der ist aber weit geflogen. Ist ja geil. Und das war's mit ihm. Nein, immer noch nicht. So. Jetzt war's das mit ihm. Okay, das waren sehr viele Gegner. War das... Ja, das weiß ich, danke. Kommen noch mehr Gegner? Er ist doch clinician. Aber das war's... ... estas Jordan.